Die deutsche Wirtschaft hat einen guten Start ins Jahr hingelegt und mehr Bestellungen bekommen, als von Experten erwartet war. Deutschlands Unternehmen melden für den Februar ein überraschend starkes Auftrags-Plus. Industrie-, Bau- und Energieversorger haben zusammen 2% mehr als im Vormonat hergestellt. Das Statistische Bundesamt korrigierte zudem die Zahlen für Januar leicht nach oben auf nun 3,7% Zuwachs. Einen besonders großen Anteil an der gesteigerten Gesamtproduktion steuerte die Automobilindustrie bei. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr acht